Ja, Gott, fühle ich mich gut. Ich kann halt alles und jeden besiegen. Nimm ich Staubsauger-Mann oder Staub-Mann oder Mann mit einem schwarzen Viereck auf dem Kopf. Jedenfalls Dust-Man. Ich kill ihn. So, Maus weg. Maus, Maus, Maus aus dem Bild. Vielleicht seht ihr sie, vielleicht nicht. Ih, stimmt, die Motorsägen-Kettenwelt. Äh, Motorketten-Sä... Ach, die Welt. Äh, die Kette-Kette-Kette-Kette-Kette. Was ist das? Das ist irgendwie neu, oder? Die Kette-Kette-Kette. Habe ich das Feuer schon mal irgendwann gebracht? Ich bin mir unsicher. Hier kam was raus. Ha, ich hab's nicht getroffen. Ich Oberschwach-Mat, ich Schwacher. Ach genau, muss ich hier irgendwo runter? Leute, ihr kennt ja wieder alle Welten in- und auswendig. Sagt mir bitte, wenn ich irgendwo runter muss. Oder wenn ich irgendwo hin muss. Denn ich weiß es wie immer nicht. Denn ich bin der Schwach-Mat, Frank Royale. Herzlich willkommen bei meinen Let's Plays. Habe ich einen an der Klatsche? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich selber finde mich... Moment. Hier muss ich vielleicht rüber. Sowas wurde mir auch geschrieben. Ich muss irgendwo rüber. Oder so. Okay, so wurde es nicht gesagt. Rüber. Sondern es wurde mir gesagt, du musst da rüber. Ja. Ja. Und? Nee. Natürlich nicht. Nee, natürlich nicht. Verdammte Wupp, 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 Wupp. Was auch immer ich sagen wollte, ist es jetzt weg. Ich weiß es nicht mehr. Verdammte Wupp. Wuh, wuh, ja. Wolverine-Klaue. Genau. Verdammte Wolverine. Hier kam ein Zwischenboss. Nein, ich weiß es nicht. Ike, dicke, 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 dicke. Wow. Perfekt. Was. Stimmt. Kacke, ich habe alles wieder vergessen. Ist ja auch ganz gut. Bär uns. Ich nenne euch weiterhin, äh, Fliegenpilze. Genau. Ich weiß, es sind Marienkäfer. Es ist ja auch offensichtlich. Ich meine, ja. Aber ich, äh, in meiner kleinen, beschränkten Art, sag halt, äh, das sind Fliegenpilze, denn die fliegen und haben Punkte. Also so denke ich halt. Da, äh, ja, da ist schwer mich zu belehren. Weil ich sag halt das, was ich in den Augenblick da drin sehe. Und das sind nun mal Fliegenpilze. Dabba, dabba, dabba. Aber es gibt ja auch keinen Sinn. Und dir, weil ich, dich, du, ich las es heute mit meinem Deutsch. Hier kam, ja, mein kleiner, äh, roter Kiste-Freund, du mir nischgeberst. Liebender Scheiß-Freund. Ich nenne dich weiterhin Pillermann, ja. Pillermann. Ich bin der Pillermann. Ich hab den Piller an. Äh, was? Egal. Oh, wie sehr ich den Kacke hasse. So. Ja, 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 ja. Interessant, interessant. Äh. Interessant. Wie sonst nix auf der Welt ist, ich sterbe vor Interesse. So. Super, 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 super. Da, 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 da. Mein Gott, wir zerschießen hier doch nur ein paar Blöcke. Das kann doch mal schneller gehen, Megaschwuchtelmann. Megaschwuchtelmann. Entschuldigung. Ich find den Namen gut. Ich nenn dich ab jetzt Megaschwuchtelmann. So, so, jetzt kommt hier so. Und jetzt gleich kam die schwierige Stelle. Hier nehm ich, genau. Okay. Hier erstmal alles aus dem Weg räumen, damit ich freie Bahn hab. So. Moment, Moment. Zack. Jetzt wird es lustig, Kollegen. Dam, 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 dam. Und. Uppudapadam. Wie? Indiana Jones. Verdammt. Jetzt. Gut. Indiana Jones kommt zurück. Indiana Jones Rückkehr, die Rache des, äh. Tempelgottes. Keine Ahnung, wie wir den Teil nennen. Wappadam. Wapp. Und Mi Tools. Ge... Fragged. Jetzt. Yeah, yeah, yeah. Wow, wow, wow. Wir sind durch, wir sind durch. Beim ersten Mal bin ich hier gestorben. Jetzt nicht. denn wir steigern uns in unserem spiel erfahrungsmäßig bla bull gut warum immer bull irgendwo irgendwelche treibt irgendwann glaube ich mit dem bullen daher so egal ich hab nichts gesagt so dich auch weg was soll dieses es sieht zu als wenn irgendwas geschehen würde sie zu eigenartig aus ich weiß es nicht was interessiert mich auch nicht hier kam jetzt irgendeine kacke wir waren doch schon mal bei lustmann ja noch mal du und einfach aufhalten warum brennt das feuer habe ich gerade wirklich gefragt warum brennt das feuer auch gott komm fang ich steck dir eine kerze in den arsch so jetzt weiter hier geht's was machen wir jetzt überhaupt gegen einen dustman drill hatten wir schon dive mal gucken vielleicht bringt es was hatte ich hier schon mal dive probiert ich glaube ja nein vielleicht doch oh hallo staubsauger der licht seine energie viel zu lahm auf es ist so lahmarschig es bringt nichts aber daran erinnere ich mich doch noch ein bisschen ich muss nur drüber springen hier nämlich ja wau 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 bleib mal locker freundchen was ist denn dein problem äh freund ach freund blase jetzt hör doch mal auf ich krieg's mich nicht blä 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 tichihi siehste siehste ach gott du arschlecker und jetzt nein das war das jetzt aber na gott es dauert ja nicht ewig der kampf so gott ist das langweilig der langweiligste scheiße ich je auf youtube gesehen habe frankroy als let's play hüpfen genau drüber hinweg hüpfen hüpfen langweilig komm wir schaffen den oder schaffen wir den ich weiß nicht ich nehme ihn jetzt mal ernst ich habe gerade in meinen let's play gelegen gelesen nicht gelegen ja ich habe in meinen let's play gelegen du nimmst ja du nimmst die gegner nicht ernst von gruel ja und da hat derjenige recht gehabt ich weiß ich probiere sie jetzt mal ernst zu nehmen wir haben auch den nächsten gegner geschafft sag mal jetzt ist irgendwie die glücksträhne da oder jetzt macht es klick 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 und die sterben so weg finde ich gut finde ich sehr 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 gut es geht mir so gut es geht mir sehr sehr gut woher ist es nochmal der 3d megaman ist zurück in der stadt in berlin ist es am allerbesten und überhaupt und ja und den dust crusher crusher achso sieht aus wie ein a mein gott scheiß spiel so nein ist es nicht gut wieder eine kurze folge aber wieder auch ein gegner weniger freut mich doch sehr euer frankroyal hat euch lieb auf und out bis gleich